Herzlich Willkommen zum Neumond Horoskop vom 11. Mai 2021. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und Energetiker aus dem wunderschönen Linz in Österreich und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir werden heute wieder einen Blick auf den Neumond werfen, der immer wieder so ein zyklisches Horoskop ist, quasi für das nächste Monat. Was für Tendenzen erwarten uns im Mai, Juni rein? Was kann man aus dem Neumond Horoskop ablesen? Und das möchte ich heute mal für dich interpretieren. Und es sind ein paar ganz spannende Konstellationen unterwegs. Der Mond ist ja jetzt im Zeichen Stier. Der Neumond ist im Zeichen Stier. Das heißt, Stier steht ja für die Abgrenzung, für die Selbstsättigung. Das steht für dieses Zur-Ruhe-Kommen, sich erden auch für das Materielle, für das Materielle Wohl. Und das ist mal so das große Überthema vom Mond. Das heißt auch, man soll sich emotional vielleicht auch besser ein bisschen zurücknehmen, zur Ruhe kommen, ein bisschen abgrenzen auch und sich nicht von allem so beeinflussen lassen. Also das ist der Mond im Stier. Und jetzt schauen wir uns gleich mal das Horoskop an, was es da alles zu entdecken gibt. Also du siehst da im Stier, das ist so beim Sechser, also Haus Sechs, vergisst, wie gesagt, Häuser schauen wir heute wieder nicht. Beim Sechser steht so der Mond mit der Sonne, das ist so diese Neumond-Konstellation im Stier drinnen. Und was kann man denn da jetzt noch rauslesen, was gibt es denn noch Interessantes? Spannend ist, dass der Mond ein Sextil zum Neptun hat in den Fischen. Und Neptun ist ja so der Träumer, der Heiler, so ein bisschen auch der, naja, der blendet sich auch ganz gerne mal aus. Also das kann sein, dass man da eigentlich zu, ja, ein bisschen zu träumen neigt, dass man vielleicht nicht ganz so, so ein bisschen die Seele schweifen lässt und ein bisschen weicher und offener ist und sich ein bisschen so der, ja, der Traumwelt einfach auch hingibt. Und das ist auf jeden Fall eine Tendenz, die wir da drinnen haben. Noch dazu ist der Neptun im Fische, das heißt, es verstärkt eigentlich nochmal diesen träumerischen Aspekt. Und jetzt kommt gleich mein erstes Aber. Ich weiß, immer gibt es ein Aber bei mir, aber es gibt auch diesmal ein kleines Aber. Der Neptun hat auch ein Sextil zum Pluto im Steinbock. Und Pluto ist ja eben so, da geht es ja um die Macht, um die eigene Vorstellung, um Stirb und Werde, um Transformation. Also Pluto ist ja ein sehr spannender, grundsätzlicher Planet, da jetzt auch im astrologischen Zirkus. Und der hat auch ein Sextil zum Neptun hin. Das heißt, da könnte es heißen, dass durch die Blume versteckt, durch eine gewisse Hinterlist, wieder neue Meinungen an einen herangetragen werden. Das können neue Regelungen sein, neue Bestimmungen sein, die ein bisschen durch die Blume, da ist ja etwas besser, also durch so ein kleines Versprechen, dass man da versucht zu manipulieren und eigentlich die eigene Meinung da so durchzusetzen. Also da könnte man ein bisschen bewusst, also ein bisschen darauf achten und schauen, weil eben der Neptun da im Fische, der steht da im Vierer, das ist so diese Neptunskabel quasi, im Prinzip direkt zwischen Mond und Pluto steht. So kann man sich das vorstellen und das wäre auch, das wäre da so ein Punkt, der da auffällig ist, vom Gefühl her. Aber jetzt einmal weg vom Aber, es gibt eine ganz schöne Nachricht auch noch, eine kosmisch wundervolle Nachricht, die ja auch Grund zur Freude gibt oder zum Anlass zur Erleichterung. Und zwar, das zeige ich dir gleich, der Jupiter, das ist der rosa Vierer, dein Dreier, siehst du es bei der Grafik, drittes Haus, Dreier, wandert jetzt in die Fische rein. Und das heißt einfach so, dass dieser Optimist jetzt in das Haus des Jenseitigen, in das Spirituelle eintaucht. Das heißt, das sind neue religiöse Erfahrungen sind da möglich. Also das ist so die Aufforderung auch, die Ziele ein bisschen weg vom Konkreten, weg vom Stierischen auch in das Spirituelle zu richten und so vielleicht auch im Inneren dann eine Zufriedenheit zu finden, einen Frieden zu finden. Also nicht nur, schau nicht nur auf die Materie, sagt er, sondern schau auch mal auf deine innere Wirklichkeit. So kann man sich das vorstellen und da ist dieser Jupiter jetzt gerade reingewandert in die Fische. Und das ist eine schöne Sache, weil der bildet ein Quadrat zur Venus in Zwilling. Na ja, und jetzt haben wir Jupiter im Fisch und die Venus. Das heißt, wir haben eine gute Konstellation, wo man auch sagt, okay, da kann man gut flirten. Das ist vielleicht jetzt nicht so die Konstellation für die dauerhafte Liebe, aber da kann man einen guten Flirt, eine Romanze, da durchaus mal starten mit Jupiter, Venus, da ist man so ein bisschen optimistischer. Die Venus steht im Zwilling, so über die Kommunikation, auch neue Medien ein bisschen. Vielleicht verwendet wer ja Tinder oder keine Ahnung, irgendeinen Dating, wenn wir ihn kennenlernen und da ein bisschen flirten. Also das ist durchaus da möglich und vielleicht auch mit jemandem aus dem Ausland, der weiter weg ist. Also da ist jetzt so eine Romanze, so ein Flirt kann sich da auch dieses Monat anbahnen. Also da kann es auch sein, dass man wirklich sehr, sehr offen ist für so etwas. Ja, dann schauen wir noch weiter. Was haben wir noch drinnen? Wir haben ein Sextil, wir haben eine Konstellation Mars-Uranus und Mars-Uranus, der Mars steht da so beim Ach da oben im Krebs und der Uranus steht da im Stier drinnen. Das ist ja so der große Wandler unserer Gesellschaft, unserer Werte, ist ja Uranus, habe ich ja schon bei ein paar Videos erwähnt. Und Mars-Uranus haben da so ein Sextil. Das ist jetzt nicht die übertragischste Konstellation, aber hat immer noch eine gewisse Kraft in sich, eine gewisse Explosivität in sich. Das heißt, da kann es zu einer gewissen inneren Unruhe kommen. Man kann ein bisschen unsicher sein, nervöser sein. Also das wäre da durchaus eine Möglichkeit. Und ich würde auch, weil wir dann auch auf dem Merkur auch noch das Trigon da zum Saturn haben, also da ist auch noch einmal so das Maschinelle, das Technische eingeschränkt, also Reisen, einfach aufpassen, trotzdem beim Autofahren, bei Reisen, da immer ein bisschen bewusster sein. Und das ist auch noch immer eingeschränkt. Also auch wenn jetzt dann Lockerungen kommen sollen, wie wisst ihr ja, durch diese ganze Zeit und Krise, glaube ich trotzdem, dass diese Einschränkung da noch bestehen bleibt. Einfach über diesen Saturn- und Merkur-Aspekt drinnen. Ja, und wenn wir schon bei Saturn sind, dann möchte ich auch noch einmal das Quadrat erwähnen, das der Saturn mit dem Uranus hat. Der Saturn steht ja da im Wassermann und der Uranus da im Stier. Und das ist immer noch eine Konstellation, die begleitet uns ja länger, aber die bringt immer noch ganz viel Neues. Das heißt, da zerbrechen alte Formen, da will alles gewandelt werden, aber man weiß noch nicht, wohin sich was entwickelt. Das wäre so ein Beispiel, auch wenn man sagt, ja, da gibt es jetzt, keine Ahnung, diese Zugangstests bei der Gastronomie, die da jetzt kommen sollen. Das sind ja völlig neue Regeln, das hat es ja so noch nicht gegeben. Und Stier, das ist ja auch so Gemütlichkeit, das ist ja auch so die, schauen das Heim auch, ja, und mit dem Mond haben wir jetzt auch die Gaststube so ein bisschen drinnen. Also das Gasthaus, das Wirtshaus und da kommen einfach neue Bestimmungen, neue Regeln dazu, die ja jetzt schon bekannt gegeben werden, aber wo man wirklich sagen kann, das ist etwas völlig Neues und da werden auch einfach Regeln geschaffen und eine neue Art des Zusammenseins geschaffen, wo man aber noch nicht so genau weiß, also es zerbricht auf jeden Fall das Alte, aber man weiß noch nicht, wo das Neue so hingeht. Das sind so die wesentlichen Konstellationen des Neumond-Horoskops am 11. Mai und ich glaube persönlich ist es gut, grenz dich gut ab, grenz dich emotional ab, vielleicht forsche in deine eigene Wirklichkeit rein, in deine eigene Tiefe mal mehr hinein und erkunde mal, was für dich wichtig ist, was für dich wirklich zählt. Hab einen Flirt oder flirte mit deinem Partner wieder und genieße das einfach, aber lass dich nicht zu sehr verführen, das kann oft nur mal wirklich so ein Flirt sein und das heißt nicht, dass das jetzt die riesengroße feste Liebe wird. Und aufpassen bei Reisen mit allem, was mit Maschinen zu tun ist, da nicht zu sehr ärgern. Wenn der Drucker wieder mal spinnt oder irgendwas ausgeht, da bitte nicht wundern. Ja, das wär's für Mai, Juni. Wir sehen uns im Juni dann mit dem Neumond-Horoskop wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, teile es mit Leuten, verbreite das Video und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und Energetiker aus dem wunderschönen Linz und wir sehen uns wieder. Tschüss, alles Gute. Ach ja, und wenn du eine astrologische Frage hast, ein Thema hast, schreib's mir in die Kommentare. Ich beantworte das natürlich gerne. Ciao. Ciao.